Es wird so richtig spannend, aber anders spannend als gewohnt. Der Vollmond hat eine besondere Energie, die wir zusammen nutzen möchten. Und zwar stellt er uns Downloads zur Verfügung in der Lichtsprache. Anders als sonst, ich werde es euch in diesem Video erklären. Und wir werden mit diesen Downloads, mit speziellen Downloads, eine energetische Blutreinigung zusammen durchführen. Und es ist gut, dass du da bist, denn heute kannst du etwas für dich tun. Zuerst möchte ich ein bisschen astrologisches Verständnis hereinbringen, damit wir dann auch besser verstehen, um was es eigentlich geht. Auch der Ernst der Saturn wird ein bisschen aufgeweicht in seiner Ernsthaftigkeit durch die Fische. Und wir bekommen durch diese intensiven Gefühle, durch diese Wandlung der Fische, Ideen für neue Wege. Und zwar sind das Wege, die von uns kommen. Also wir haben Lust, neue Wege zu gehen. Und diese ganze Energie wird uns begleiten bis 2026 mit einer kurzen Pause, wo der Saturn wieder in den Wetter läuft und dann später wieder in die Fische geht. Also letztendlich haben wir die Möglichkeit, richtig gute neue Wege zu gehen. Und unsere Kanalmitglieder wissen das genau, denn in dem Member-Webinar geht es auch darum, wo Erzengel Gabriel zu uns spricht. Wir werden durch diese Energie dazu gebracht, unsere Lebensaufgabe noch einmal in einem anderen Licht zu sehen. Wir haben die Möglichkeit, auch unsere Gefühle besser nach außen zu bringen. Wir sind gefragt, in die Intuition zu gehen und dann unsere Gefühle, unsere Ahnungen zu zeigen. Unsere Visionen, wenn wir die in die Realität bringen, und das werden wir in dieser Zeit viel leichter tun können, weil eben die astrologischen Einflüsse sehr günstig dafür sind. Es wird dadurch auch unsere Sprachfähigkeit, unsere Kommunikationsfähigkeit wird geschult, verstärkt, erleichtert. Das heißt, ihr Lieben, ihr werdet die Möglichkeit bekommen, mit den Engeln leichter zu kommunizieren. Und dies hört nicht gleich wieder auf, sondern dies wird jetzt tatsächlich auch bis 2026 immer mehr gefördert. Also eine wundervolle Zeit, wenn ich mir vorstelle, dass immer mehr Menschen jetzt den Kontakt aufnehmen können und auch die Botschaften bekommen und verstehen, was da zu uns gesagt wird. Denn wir sind letztendlich aufgerufen, mit unseren Gefühlen auf die Straße zu gehen. Wir sind aufgefordert, nach außen zu gehen, mit dem, was wir im Inneren spüren. Und das ist das Wichtigste. Denn in unserem Inneren tragen wir alles, was wir benötigen. Das sagt die geistige Welt, das sagt Erzengel Gabriel, sagt er uns auch im Webinar. Und Erzengel Gabriel bringt uns diese Energie in den Monat März. Er bringt uns die Energie des Neubeginns, der Neuorientierung, aber so, wie wir es gerne möchten. Also nicht, wie andere für uns bestimmen möchten, sondern diese Erzengel Energie verstärkt das, was wir im Inneren tragen, unsere Wünsche, unsere Visionen. Und die bringen wir auf die Straße, in die Welt, die bringen wir nach außen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich diese Symbole oder diese neuartigen Downloads gesehen habe. Ich habe die versucht, mal auf das Papier zu bringen. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich schalte es mal an. Dieses hier zum Beispiel. Ich habe vier Downloadsymbole jetzt mal vorbereitet. Und diese vier sind alle für die energetische Blutreinigung, die wir nachher zusammen machen werden. Also dieses hier. Dann habe ich das da. Also sie sind alle so ein bisschen ähnlich. Dieses hier ist auch so schön. Also ich bin so richtig verliebt in diese Symbole. unter dieses hier. Und letztendlich, jetzt muss ich das mal wieder zurück umschalten. Da seht ihr sie alle nochmal. So. Und letztendlich sind diese Symbole, diese Downloads in einer Veränderung. Denn, ihr Lieben, es ist sogar möglich, dass ihr, also diejenigen, die sonst nicht so sehr begabt waren auf dem Gebiet, weil es tut sich ja ganz viel, ihr werdet die Möglichkeit haben, Worte oder Sätze zu hören. Und wenn plötzlich so ein Satz zu euch kommt, von dem ihr gar nicht wisst, wo der Herr kommt, der plötzlich einfach da ist, dann ist das ein Download. Und manchmal können aber auch die Downloads in der Sprache, in der Lichtsprache sein, sodass ihr sie nicht versteht. Dann versucht bitte, das aufzuschreiben. Denn das ist eine Botschaft. Und wer dann das Channeln kann, oder wer das Channeln bei mir gelernt hat, der kann dann fragen über die Channel-Technik, was ist das für eine Bedeutung? Was bedeutet dieser Download für mich? Und das ist eine riesengroße Chance für uns, unser Bewusstsein immer noch mehr zu erhöhen. Denn diese Downloads, die kommen aus den Dimensionen der Liebe ja zu uns. Und das heißt ja auch aus der Dimension der Liebe, dass sich über diese Downloads neue Partnerschaften bilden werden. Das heißt, neue Partnerschaften finden sich, um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und das ist etwas so Schönes. Und das ist jetzt, kommt im März alles ins Rollen und dauert mit ihrer, mit seiner wundervollen Energie bis 2026. Und am Vollmond haben wir die Möglichkeit, das erste Mal uns intensiv mit diesen Downloads zu verbinden. Und ich werde dann auf Telegram auch noch andere Bilder von den Downloads zeigen, für andere Themen. Es fängt ja jetzt alles erst an. Und ich habe mich gerade so sehr auf die Blutreinigung gefreut, weil das für uns die Möglichkeit ist, unser Blut wieder mal richtig reinzumachen. Ich habe die Blutreinigung auch in meinem Buch beschrieben. Da wird es mit dem Plejadenwasser gemacht. Das ist auch etwas Wundervolles. Wir arbeiten jetzt heute mal mit den Downloads und der Vollmondenergie und den Fischen. Also es ist besonders spannend und aufregend, anders als sonst. Und wir können so viel für uns tun, viel mehr als sonst. Und diese Botschaft, die auch noch mitschwingt in der Mondenergie, die sagt, ihr Lieben, schaut, dass ihr neue Wege geht. Das sagt ja auch Engel Gabriel in dem Webinar. Er sagt auch, ich gebe euch die Schlüssel für einen Neubeginn, den ihr für euch aussucht, den niemand anderes von außen wird euch diese Energie bringen können. Die habt nur ihr selbst. Und es ist wichtig, dass wir auch erkennen, dass wir aus der Komfortzone heraus müssen. Und zwar wird es Prüfungen geben, Prüfungen durch andere Personen, denn es sind Prüfungen, die uns weiterbringen letztendlich, die uns wachsen lassen. Insgesamt eine wunderschöne Vollmondenergie, die uns auch sagt, bleibe bei dir, bleibe in deinem Herzen und gehe den Weg deines Herzens. Und so wird uns Erzengel Gabriel jetzt mit diesen Downloads verbinden und wir werden etwas für unser Blut zusammentun. Ich wünsche euch ganz viel Freude, wenn ihr jetzt gleich die Botschaft von Erzengel Gabriel hört. Ich sprühe mich ein mit meinem Ursprungslicht, um ganz bei mir zu sein. Das ist wichtig. Und natürlich auch, hier haben wir sie, die Energie von Erzengel Gabriel. So. Ich wünsche euch jetzt die allerbeste, schönste Energie, die für euch persönlich jetzt in diesem Moment richtig ist. Und so schließe deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst, auf deine Liebe, auf dein Licht, auf dein Herz. Atme das Licht der Liebe ein, und sei ganz in deiner Mitte. Dehne dich aus mit diesem Licht und spüre, wie sich dabei die Energie ändert, wie Liebe bei dir wohnt, bei dir ist und dich trägt. Und nun wird Erzengel Gabriel zu uns sprechen. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Menschen der Erde, voller Freude bin ich heute bei euch. voller Freude werde ich mit euch die Lichtcodes, die wir freigegeben haben, in ihrer Energie zugänglich machen. Es geht darum, es geht darum, dass es dir und euch gut gehen soll. Es geht darum, dass ihr und du, dass ihr in der größten Kraft eurer Selbst seid, dass ihr genau wisst, was für euch richtig ist und wir euch diese Energien zur Verfügung stellen. Und so ist die Energie des Vollmondes ein großes Geschenk, denn an diesem Vollmond nutzen wir die Energien und öffnen euch ein Tor. Dieses Tor wird euch leiten, die Downloads zu empfangen. Dieses Tor wird euch unterstützen, in eurer Kommunikationsfähigkeit weiter voranzukommen. Und so ist es mir eine ganz besondere Freude, heute mit euch zu wirken. Und so habe ich die Ehre, die Energien der Downloads für die Blutreinigung zur Verfügung zu stellen. Und alles, was du oder was ihr zu tun braucht, ist in der Liebe in eurem Herzen zu bleiben. Alles andere werde ich für euch und für dich tun. Und so nehme jetzt noch einmal einen tiefen Atemzug des Lichtes und dehne dich aus, bleibe in deiner Mitte, währenddessen ich nun die Downloads zur Verfügung stelle und für dich wirke. Hianamma Rianyoo Hianama Rianya, Hianama Rianyi. Hianama Rianya, Hianama Rianya. 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 Hianama Rianya. Hianama Rianya. Hianama Rianya. Hianama Rianya, Hianama Rianya. Hianama Rianya. Hianama Rianya. Hianama Rianya. Hianama Rianya.